Ach, ist es dieser Modus, wo am Ende die Ancients aufstehen und gegeneinander kämpfen? Ja, ja genau. Ah, der ist geil, der ist geil. Hä? Ich glaube, okay, hier ist alles ganz anders. Also, okay, egal. Armin, wo rennst du hin? Okay, gut, du hast das richtige Item gekauft, perfekt. Ja, ich weiß nicht. Wir gehen hier oben hin, hier jammern wir. Ja, das gefällt mir, finde ich gut. Was ist mit ihm hier? Also, das ist Hannes. Und er beschützt unseren Jungle. Wenn die Gegner hier reinkommen, dann legt er los. Dann geht er ab, oder wie? Ja. Alter, das will ich sehen. Mein Name ist Barry, Beton-Mischer. Und ich bin extrem breit. So, da ist der Red-Buff. Okay. Und da ist der Blue-Buff, so. Und wir machen jetzt erstmal hier die zwei Camps, dann das linke Camp neben Hannes und dann das Camp unter Hannes und dann gehen wir zum Red. Ah, okay, okay, ich verstehe. Oh, warte, 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 warte. Hast du Smite? Versuch ihn gleich zu klauen. Ich geh, warte, ich geh da jetzt rein, damit wir hier den wegscheuchen. Und dann klaust du gleich. Smite! Ich hab Smite nicht geschafft. Haben die ihn gekriegt? Ja, ich glaub schon. Nein, scheiße. Nein, nein, ist gut. Weg, 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 weg. Ah, klar war ich so greedy. Oh, da war ich so greedy. Dann komm ich da hoch. Was ist der Back? Schmutz. Das ist Schmutz. Okay, okay, passt zurück. Wir machen gleich ein Deathmatch. Ah, okay. Ich glaub alle respawner nicht. Oh, ja. Aber die Krabbe, die gehört mir. Die Krabbe ist grad echt egal. Ja, wir müssen die Gegner besiegen. Okay. Oh, der kommt zu mir. Der wird tot. Scheiße, was? Na, ich lass dich halten, wie sonst was, Alter. Der, der, der war, der, diese... Sprachenlernen Bubble. Das Krokodil ist ja viel zu OP. Pentakill. All auf, das Krokodil. Scheiße. Alter, das Krokodil ist zu stark. Ich bin tot. Ja, guck dir das Krokodil an. Das One-Hit ist alles. One-Hit, ja. Was ist das für ne Scheiße? Los, Harald, geh. Geh und hol sie. Okay. Wollen wir uns sehen? Ja, die wollen eben bestimmt kontesten. Ja, warte, dann platziere ich hier einfach alles. Mit alles meine ich alles. Wenn sie kommen, haben die verkackt. Tja, und jetzt bist du tot, Kindchen. Ja, ja, der stirbt. Der stirbt safe. Ich komme auch hoch. Okay, okay, weg, 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 weg. Harald kommt. Also Gegner, Harald. Ah, hier würde gleich ein Timo auftauchen. Den müssen wir ja... ... einfach töten. Ich kann Timo nicht töten. Und der Tags auf ihn gebende Gold. Okay, dann töte ich ihn. Das sind... Hier ist ein Timo bei uns. Oh, ja, 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 hey, warum spawnen denn? Ah, okay, das ist gut, dass er bei uns spawnen, sehr gut. Ich komme. Ich nehme es fort, natürlich nicht. Er läuft. Zweite Timo. Oh, ja, den hast du gesehen. Äh, ab, bitte. Egal, ich habe Range. Ich bin Range. Der geht down. Moin, weg. Oh, ja, weg, klar. Ich räufe. Okay. Alter, wo läuft der hin? Weiß nicht. Egal, aber wir haben da am meisten Schaden gemacht. Das macht nichts, um den zu den kaputt rauchen. Der ist das Ereignis gewonnen. Ja, und die haben wieder einen Scheiß-Bafel gekriegt. Wir haben hier recht lackt, dass die nur einen Mist kriegen. Alter, Karre. Und da kommt eine Karre mehr. Boah. Sehr wichtig, weiter. Ich sparte, holte mal Stress. Der war am stärksten, jetzt können wir eigentlich alle holen. Sehr gut, weiter. Holen, holen. Egal, einfach weiter. Nie wieder zurück. Dann machen wir ja. Weiter, weiter, weiter. Warte, was ist das jetzt? Das ist wirklich alle, alle fünf Minuten rund um die. Das ist unsere Pushtick-Kardlin-Overwatch. Ah, da ist es, da ist es. Da muss es, ja. Wir müssen da hin. Einfach direkt reingehen. Nee, hier rein, komm her. Ja. Alle oben, hoppla. Das ist deren. Ja, okay, da muss einer. Und das ist in der Mitte. Ihr müsst reinkommen, weil sonst fährt es schneller, glaube ich. Jein. Was heißt jein? Das Gegner noch blockieren. Achso. Alter. Das ist gleich da, unseres. Das müssen wir noch ein bisschen. Ja, komm. Nice, wichtig. Was ist hier? Oh, wir haben den Poro King gespaut. Nein, er will mich, Hilfe. Alle haben ihn. Nein, er will mich wirklich. Fick dich. Nochmal anspucken. Sniff, sniff. Oh, hier ist eigentlich schlecht. Aber man hat eigentlich einen... Oh, hier, guck mal. Fettsack. Nein, wir haben einen kleinen Fettsack. Das ist der Poro King. Ja, okay. Ich weiß es nicht. Oh, Auto, Auto. Vorsicht, Auto, Auto. Auto. Ja, da hätte einer reinlaufen können. Der ist alleine. Wir waren zu dritt. Achso. Oh, ja, okay, touché. Ah, scheiße. Die hatten wir geflachst. Komm, den Tower holen wir uns und dann passt das. Irgendein Viech, was wir gerade bekommen haben durch einen Event. Ja, hier, hier, alle auf den einen. Also, die Moos, den B-Spielen basiert... Schlagt auf ihn! Jetzt den auch noch, komm. Hier, den Raptor. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Ah, ich bin daneben gesprungen, scheiße. Ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus. Ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Ich muss ganz dringend weg. Ey, ich platzi einfach Bomben am Tower. Sollt schon gehen, irgendwie. Ist ein Asozialer, das weißt du auch nicht. Ja, ich weiß. Ich hab gar keinen Mana, aber wir haben's, wir haben's, wir haben's. Okay, raus, raus. Ich hab gar keinen Mana. Jungs, es wird nix, oder? Doch, doch, es wird was. Doch, doch, es wird was. Ich bin richtig cool, hier. Oh, doch. Ich hab auch noch heute genutzt bei einer Millisekunde. So viel Geld einfach gerade bekommen durch die Aktion. Ey, wollen wir Renekton hier oben holen? Da haben die aber noch den Typen. Lass einfach noch das Licht da unten. Ach, nur sehr gut, der wird. Ja, kann man gut holen. Boah, komm wieder, bitte. Oh, ja, ja, ja. Wagen reinlaufen? Ne, 3, 3, 3. Oh Gott. Die hassen mich, Alter. Alter, wie die deletet wurden, die wurden alle deletet. Ja, weil ich von vier Leuten an den Griffen wurde. Ich hab ne Bombe reingeschmissen. Ja, 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 komm. Wir helfen dir, wir helfen dir. Oh, er will ganz dringend weg. Ja, wir brauchen noch vor allem lange rein. Ja, wir laufen aber andersrum. Hier, wir sehen ihn. Gotcha. Weg mit dir. Das ist schwarz. Nice, Alter. Oh, shit. Oh, wir nehmen dich hoch, Töbel. Ja, wir nehmen dich hoch, gleich. Andert, oh, wow, super. Boah. Reifel Platz für den Typen. Okay. Ja, Mann. Ja, Mann. Weiter. Komm. Oh, Junge. Alter, als ob wir so heftig sind. Ich bin tot, aber ich glaube, wir haben das Game einfach fast. Haben wir gewonnen? Ja, bin ich gestorben. Nein. So. Alter, wie gut. Digga, es ist so heftig, dass einfach das Ancient am Ende aufsteht. Das ist so geil. Entgegen rennen. Nichts machen. Ach, scheiße. Ich brauche ganz dringend Hilfe. Leute, der will mich, der will mich. Gut, ihr kriegt das, glaube ich, ja nicht. Geh schon mal runter. Äh, was heißt, wir kriegen es hin? André? Ist er jetzt ernsthaft gegangen? Ich habe jemanden gekillt. Was? Wie habe ich den denn gekillt? Ah, die Bomben. Nick kriegt das schon hin, oder? Ja, ja. Meine Bomben regeln. Und Janik macht auch Damage. Man, alle Damage. Komm, ich will noch rechtzeitig da sein. Wer will was? Wer geht wohin? Kann man nicht F auf das Ding einsetzen? Ja, doch. Nice. Richtig gut. Hä, dein Modus ist übel, geil. Ja, das ist ein bisschen chilliger als du der. Ja, ja. Die Runden auf die Runde geht schneller, so, und das ist alles ein bisschen funnier.